So, was wollte ich denn eigentlich als letztes machen? Ähm, wie sieht's nebenmissionmäßig aus? Hier haben wir alles abgelegt soweit, ne? Warum ist das grün? Achso, das ist, das ist eine Festung. Ah, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Äh, ja, was machen wir denn als nächstes? Machen wir einen Festungsüberfall. Oder? Ja, Moment, Festungsüberfall. Ich muss mal grad schauen, in welche Richtung. Aber da ist was anderes angegeben. Ich soll mich zu dem Übungsplatz begeben. Warum? Na gut, dann geh ich doch mal zum Übungsplatz. Äh, ich da mal. Oh, bist denn den jetzt markiert? Gut, da drüben. Und damit sag ich mal alle Gute wie willkommen zurück zu Let's Play Mittel-Erdem-Modus-Schatten 100%-Run mit freundlicher Unterstützung von meinem Partner. Und gamesplanet.com Oh, wollen wir da hinreiten? Warum eigentlich nicht? Ich war nicht so dumm. Dann geht das Ganze schneller. Äh, ich war zu langsam, fast. Aber jetzt geht's. Äh, Übungsgländis hat üben. Hier wäre auch eine Festung, eine, 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 eine Mission. Ne, ich geh jetzt erstmal, reite jetzt erstmal da rüber. Weil die Gede war ja davon... Was geht ab? Mach nur Scheiße, ich weiß. Wir werden mal ein bisschen Missionen machen auch. Und Erfahrungen sammeln. Ne? Bist du mein Ziel? Ich finde dein Ziel und markiere es. Du bist es, oder? Ja! Du bist mein Ziel, das ist doch schön. Hat Karagossa, der tritt jetzt durch. Das finde ich auch gut. In der Zwischenzeit kann ich... Wollen wir mal gucken, ob ich nicht... Genau. Kritische Treffer machen kann und... der ein bisschen... eine Packung absolvieren kann. Gleich hab ich dich. Haben wir einen Kampf auf der... auch Lattberg schlubber ist auch aber Fähigkeitspunkte erhalten und die kümmer ich mich dann und das ist ein wenn ich nicht schon was besseres habe dann nämlich das natürlich in der Festung der ich schicke ich dachte und was er noch zu der Schaff also bisher kam ich jetzt noch nicht dazu mich um ein paar Missionen zu kümmern ach so wir haben ein Berserker, das ist ein Berserker, ne? You Mother Chucker Clackers ich kümmere mich erstmal um den kannst du mal, ey guck mal ich habe das gleiche Problem gerade wie bei Batman genau Nein! Du solltest über die Schilder springen ich komm nicht zu random wegen diesen verdammten Schildern ey wir machen was anders WAS? wer, was hat mich erwischt? was hat mich erwischt? scheiße, 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 ich will nicht sterben, ich will nicht sterben gotcha was? der Pfeil flog zurück soll mir auch recht sein ich sag jetzt mal ein bisschen, dass ich ein bisschen Puffer hier habe und spielen kann ich habe ja irgendjemanden jetzt gerade platt gemacht, ohne das zu sehen okay machen wir nochmal einen Täubungsschlag dann hat mir diesen Hauptmann auch gefällt ich gehe voll auf Orks-Lasten so endet deine Herrschaft das war ein Rache-Ziel, ne? dann platze mein Freundchen wo willst denn du hin? hm du bist nichts, Kahn Waldläufer ich dachte ich hätte dich schon getötet diesmal werde ich... wo kam der denn jetzt her? oh der hat ne der hat ne der hat ne giftige Klinge da muss ich wirklich auffassen na, hüpf mal drüber ich mach dich kaputt Junge dann gehe ich mal nach meiner Erfahrung suchen und gucken was ich dann alles alles eingesammelt habe Nacht so das war auch ein Rache-Ziel, ne? erhöht Tscharnisch Waffen ne, das braucht ihr unbedingt bei so wenig Prozent oh das wäre vielleicht praktisch so hier ist ja ganz schön was los ok gucken wir erstmal nach den Verbesserungen die wir bekommen haben was ist denn was ist denn was haben wir denn alles dazu bekommen? ich hätte beim Boden hin Richtung Fokus wieder her hm hm ne lassen wir bei dem was wir haben habe ich genug? ja ich habe genug Bogenplätze äh genug Rundenplätze für den nächsten Bogen dann kann ich jetzt eine Runde lassen Schleichstötungen mhm 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 Fokus wiederherstellung oder was haben wir hab ich die schon ausgeschritten? da wird den Schaden von Kopf treffen ok den Schaden durch du 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 das ist ausgerüstet das ist ausgerüstet ok den Schaden ach wo wir das machen so und was haben wir hier Neues dazu bekommen? hoi oi 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 hm das wäre vielleicht praktisch warte mal was habe ich denn alles ausgerüstet? Aufzählung, Brandmarkung 50% gesunder wie der Herr Schleichaufzählung ne lass mir mal oder kann ich noch einen Ruhenplatz kaufen für den Bogen das wäre natürlich ne hab gerade nichts nicht genug Money so jetzt schauen wir erstmal kurz wie viele Knete haben wir noch aber für die Gesundheit müssen wir noch ein bisschen farmen gehen ok aber ich kann ja mal die Elbengeschossanzahl erhöhen das wäre vielleicht praktischer für spätere Missionen wo ich wieder schießen muss jetzt schauen wir uns mal an welche Fähigkeiten wir durch Spielen von Hauptmannauftrag wird das freigeschaltet? ok das ist Übersprungsbetäubung ich bringe meinen Gegner abdrückst ich muss plötzlich nur einen Betäub zurück hm Dolch Hagel na gut nicht genügend gemacht für die habe ich nicht genügend gemacht ja hm hm das ist festnageln und ich mache ich mache den Schulterstoß verbessert ich bringe einen Griff oder ne warten das Übersprung zu ich mach das erstmal das ist praktisch so ich muss dann erstmal ein bisschen Macht haben jetzt wollen wir mal schauen ich habe noch 13 Hauptaufträge vor mir oi da haben wir ja noch einiges Rettungsaufträge haben wir noch gut 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 hier haben wir eine Übersicht also wir haben ungefähr 27% abgeschlossen bald ein Drittel geschafft so kann die Arbeit von Ben aufzureden versteck dich erstmal wieder so jetzt schauen wir doch mal ich habe euch auf dem Übungsgelände den einen beseitigt dann kümmern wir uns jetzt um warte mal was ist denn das die Gelbpflanze habe ich noch nicht ok dann kümmern wir uns jetzt mal um die um die um die nächste Legendenbildung ich hab viele von euch hier rum machen ist ja wieder widerlich ne ne bringt mich nicht aus dem Gleichgewicht ich hatte dafür nämlich diese Mission hier so der dumm geherrschte ich sie eine Grube werfen und ließ sie auf ihn los um zu beweisen dass er nicht unsterblich wäre er tötete jeden einzelnen seiner Feinde einzig ist derer die ihn gefasst hatten das ist für die Legenden Bildung für das Schwert von Vorteil mal sehen zusätzlich äh wow das wird natürlich übel naja ist ok dass wir die mithalten eine Treffer Serie von 100 ah dann wüsste ich wie ich das am schnellsten hin kriege aber ich weiß wie ich am besten die Treffer farmen kann das mache ich jetzt wenn ich das bei 10 Gegner wiederholen müsste es genau ist ja fast wie der Niederschlag wört man wer hat mich erwischt irgendjemand hat mein Kombo resettet ah da hinten hat eine da hinten hat eine Pfeil und Bogen oder nicht Pfeil und Bogen aber der wirft die Speere ne wie soll ich denn eine ey 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 nein ich wollte in den Punkt um meine Energie aufzufüllen der der langt jetzt Ey! Hast du sie noch alle? Yes! Energie voll wiederhergestellt Ich mach erstmal die Schützen hier kaputt Das gibt's doch nicht, ich kann gar nicht kämpfen Ey! Ich geh dauernd zu Boden Fuck! Nein! 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 Der heißt auch Humgrat! Nein! Nein! Was ein Arsch! Ganz toll! Dabei hatte ich so schön in den Reihen da aufgeräumt Was heißt der Augenspießer? Shit! Man! Halt! Wir rücken so viele Orks nach Augenausreiß heißt das so Ey! Was? Der steigt ja immer weiter auf Holy shit! Oh! Da bin ich aber eben gut gripiert So warte mal Silber Ich werde es trotzdem gleich nochmal versuchen Ich gebe mir noch zwei weitere versuchen Wenn ich dann noch Wenn ich dann nicht geschafft habe Dann gehen wir erstmal zu einer anderen Mission Und kehren später zurück Klasse Reflektionen des Lichts der beiden Bäume Und Erinnerungen an ein verschwundenes Königreich Das Problem war echt, dass diese Ja, 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 mach mich fertig Komm her, komm Lahmisch kaputt Das Problem war echt, dass ich die ganze Zeit platt gemacht wurde Von diesen verfluchten Was bist du denn jetzt für eine? Dann gehen wir nochmal das trainieren Also wenn ich nicht getroffen hätte, dann bleibt es aufrechterhalten, ne? Na gut, komm her Jetzt hat wieder was irgendwas meine Kombo resettet Ich bin von irgendwas wieder getroffen worden, ne? So, da liegste Bullshit Na, wat willst du? Stress? Hä? Deine Schreckensherrschaft ist vorbei Da müssen wir uns woanders nach dem Kampf zu sehen Alle Töten abschauen Na, dann kämpft vorne Ich hab jetzt keinen Bock auf euch Ey Ja, ich hab ihn auch gesehen Ich will mein zusätzliches Ziel erreichen Also erstmal machen wir den Schildträger platt Und den der wirft Ah, ist okay das mit dem Dolch wurf Unsere Krieger sind stärker Ein Dodefark Ah, ich hab meinen Kombo selbst resettet Aber das war ein Fehler Versuchen wir das schön Hochzutreiben jetzt Hey! Welcher Org hat mich erwischt? Ich muss zusehen, dass meine Kombo auch da oben bleibt dann Oh, ein Fünftelhammer Nein! Diese Säue Ich wollte gar nicht den Schildträger plus machen Willst du mich mal verarschen? Ich hab dich gekontert Ich komm grad nicht höher als 20 Aber wir haben ja noch genug Orcs hier 22 Komm schon Komm, wieder Alles klar Ein Drittelhammer Rieche etwas Ja Komm, wieder Alles klar Ein Drittelhammer Rieche etwas Rande In dieser Grube Und die Überzahl der Orcs Mit dem wir es hier auch noch zu tun hatten Naja Wir kommen voran Das ist die Hauptsache Jetzt versuchen wir uns nochmal in dieser Grube Hoffentlich klappt diesmal Werden wir erfolgreich sein Das werden wir sehen Denn ab und zu Kämpft Italien doch schon ganz schön mit der Gesundheit Ihr dürft auf jeden Fall euch auf die nächste Folge freuen Dürftet gespannt sein und abwarten Ob es mir gelingen wird die Grube zu schaffen oder auch nicht Vergesst nicht über weitere Kommentare zu lassen Vor dem wir auf die nächste Folge Und ich bin hier raus Peace out